Hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Freunde. Ja, wie der Titel schon sagt, Re-Re-Stream von der Xbox One. Was heißt das konkret? Das heißt konkret einfach, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr erstmal von eurer Xbox One auf den PC das Bild streamen könnt. Ist sogar wirklich, man sagt ja sonst immer leichter gesagt als getan, aber hier ist es auch leicht gesagt und leicht getan. Ja, so und ja, da ja nun Windows 10 jetzt für alle draußen ist und nicht nur für die Inside Preview-Member, können wir das Ganze jetzt auch offiziell für, also können das offiziell eigentlich alle nutzen. Also ich würde euch raten, updatet auf Windows 10. Es ist für jeden gratis, der Windows 7 hat oder Windows 8 oder Windows 8.1. Allerdings nicht für die Firmenkunden. Die Enterprise Editions sind da noch außen vor. Die haben wahrscheinlich auch im Partnernetzwerk eigene Downloads von Microsoft zur Verfügung gestellt bekommen. So, aber wollen wir doch erstmal gucken. Ich mache jetzt das nette, nette neue Funktion hier, denn es gibt ja jetzt bei Windows 10 auch mehrere Desktop. Zack, switch hier einfach mal rüber. Bin direkt in der Windows, also in der Windows Xbox App. Man sieht schon, schön aufgebaut, hier rechts haben wir die Freunde und auch eine ganz tolle Funktion, Party starten. Mit der Party starten kann ich übrigens wirklich mit den Leuten vom PC aus auf die Xbox quasseln. Und das Schöne daran ist, wenn man das Ganze streamt, hören die Leute natürlich auch die Party, denn das, was ich über mein Headset höre, hört auch der Stream. Und das ist richtig cool und die Xbox muss dabei noch nicht mal an sein, also sie kann dann in Standby gefahren werden und die Party bleibt einfach erhalten. Denn offiziell hast du auf der Xbox keine Party. Ich werde das jetzt leider nicht demonstrieren, dazu brauche ich jetzt ein Freiwillen, ich will das jetzt hier aber in Ruhe machen, deswegen machen wir das nicht. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem Wichtigsten. So, erstmal zur Vorsicht muss ich sagen, wenn ihr euch Windows 10 installiert und die Xbox App öffnet, werdet ihr nicht diese ganzen Icons hier vorfinden. Das liegt die Folge daran, die Xbox App braucht noch ein Update. Meine Taste ist jetzt ja auch schon drin, das sollte normalerweise so standardmäßig bei euch auch schon drin sein, der Xbox Store. Das ist diese kleine Tasche mit dem Windows Logo drauf. Da könnt ihr einmal draufklicken, dann lädt sich das Ganze schön auch wieder im Firmenfenster und dann müsste hier irgendwann gleich, genau hier, irgendwann so ein Symbol auftauchen mit so einem Pfeil nach unten oder so einer Kuhle. Und da werden dann die neuen Updates durchgeführt. Ich habe das jetzt hier glaube ich nicht, neue Updates glaube ich, um das zu demonstrieren. Und dann beginnt das Ding automatisch irgendwann und lädt alle Updates für das Ganze runter und darunter ist auch die Xbox App. Dann wird die geupdatet und kriegt auch diese Funktion hier alle mit diesen netten Dings, wo man auch die Xbox Konsole hinzufügen kann. Man sieht schon, meine Xbox habe ich jetzt schon verbunden, ich habe sie schon mal angemacht, zur Vorsicht. Kann ich jetzt hier auch einmal automatisch ausschalten. So, schalten wir sie einfach mal aus. Jetzt ist sie aus. Das heißt, ich kann sie aber jetzt auch nach wie vor noch anschalten, das ist kein Problem von hier. Und ja, müsst ihr auf jeden Fall erstmal die Xbox miteinander verbinden. Einmal anmachen die Xbox und dann erkennt, wenn die alle im selben Netzwerk sind, automatisch die App deine Xbox. Das ist eigentlich gar kein Problem, wenn das Netzwerk gut aufgebaut ist. Empfehlen würde ich euch auf jeden Fall zum Stream immer LAN-Connections zu nehmen. Denn WLAN ist, wie man die ja weiß, nicht wirklich optimal, um irgendwelche Connections, sag ich mal, ja stabil zu halten. Auch wenn die Streaming-Software jetzt hier nicht unbedingt so viel Power verbraucht. Also ich glaube, sie braucht 8 Mbits oder so um die Drehung, glaube ich, im Streaming. Das geht noch, würde mir ein bisschen mehr wünschen, weil wir sehen nachher, es sieht zwar gut aus, aber könnte besser sein. Wobei das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das Xbit, ich nehme das Ganze jetzt gerade mit Xbit auf, bei OBS weiß ich, was es funktioniert. Ich kann es nicht garantieren, dass die Xbit-App auch das Ganze kann. Aber ich kann ja mal folgendes machen, wir machen mal eben so, ich ziehe mal ganz kurz das in den ersten Desktop. Das ist eine wahnsinnige kleine Funktion, dann sehe ich, wenn es eben wieder was ich mache. Und ob die Xbit-App funktioniert, ich habe mal eine tolle neue Funktion gesehen, einfach geswitched. Jetzt seht ihr auch, da unten ist mein Teams-Speak wieder da und hier noch Windows 10 Setup. Ich lade da nochmal die ISO-Datei runter, damit ich das Ganze nochmal auf DVD klatschen kann. Ja, aber nun zum Hauptteil. So, jetzt ist die Xbox-App, hat er da. Und dann kann ich jetzt einschalten drücken, jetzt wird sie einmal eingeschaltet, das dauert einen kleinen Moment. Beim Standby geht das relativ schnell, Verbindung wird hergestellt und schon ist sie da. Als erstes, was ihr machen solltet, ist auf jeden Fall schon mal Streaming testen. Dann seht ihr schon mal, ob eure Connection optimal ist. Ich habe das schon mal gemacht. Bei mir ist das Ganze logischerweise auf grün, denn ich habe alles LAN verbunden, alles mit Gebit-Kabeln. Mindestens CAT 5e verbunden, denn CAT 5e schafft bis zu 1 Gebit. Aber dazwischen hängen auch schon CAT 6 Kabel, sodass es mehr als 1 Gebit schafft. Aber 1 Gebit-Leitung solltet ihr schon haben und 1 Gebit-Router und Ports solltet ihr auf jeden Fall schon mal parat halten. Ja, und dann könnt ihr nämlich hier einfach jetzt Streaming drücken, wenn ihr dann Streaming-Test gemacht habt, sagt ihr euch, was ihr kriegt. Und dann geht das hier einfach los, dann geht hier los, Verbindung wird hergestellt auf Sanchez 1. Und dann sehen wir heute, wir eigentlich auch gleich, ach, es hat funktioniert, danke X-Bit. Jetzt hat sogar mit X-Bit funktioniert, so kann man das also mit X-Bit machen, sehr schön. Dann habt ihr hier oben in der Ecke noch so ein kleines Logo, Niedrig-Hoch-Mittel, wir gehen mal auf Niedrig. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr so schön aussehen, nehme ich mal stark an. Ja, das sieht schon nicht mehr so schön, da kann man die Daten gucken. Momentan verbraucht er halt jetzt 4 Mbits, das ist halt wirklich nicht sehr viel. 4 Mbits, man kann mit dem Controller, man sieht, der Ton kommt ganz normal durch. Qualität ist dann jetzt nicht mehr so optimal, gehen wir mal auf Mittel hoch. Gucken wir uns das Ganze mal Mittel an, da kann man glaube ich schon ganz gut zocken mit. Bei Schnellbewegung wird es wahrscheinlich auch ein bisschen übel, sieht schon, das sieht schon ganz gut aus. Da kann man schon echt mit zocken, das geht. Und jetzt kommt natürlich die High-End-Class hoch, dann geht er auch dementsprechend hier unten auch auf, dementsprechend ein wenig mehr Bitwarte. Man sieht dann, scheiße da hier, jetzt braucht er nicht mehr, weil es ist nur das Platte-Bit. Aber seht, wenn ihr bewegt, geht er auf 9 hoch, bis auf 11, also so 11, 12 sollte auf jeden Fall, ja, gut, machbar sein. Und dann seht ihr, habt ihr hier die Xbox-App und dann könnt ihr ganz normal eure Xbox hier frei bedienen, hier System, zack, zack. Geht alles easy peasy, kann man gleich mal gucken. Okay, wenn die Xbox nicht gerade streiken würde, jetzt wahrscheinlich ist es gerade wieder irgendwie schlecht. Hatte wieder irgendwie eine Macke gerade, passiert. Ist leider so. Aber das neue Dashboard kommt, ja. Aber wie gesagt, so könnt ihr dann jetzt theoretisch loszocken und könnt jetzt einfach ein Spiel starten und könnt es dann, wie ich es eigentlich auch schon mache, prinzipiell. Ich fange das, ich bin es ja jetzt hier auch am PC und fange das Ganze einfach per Xbox-App ab. Und dann könnt ihr jetzt theoretisch ohne Capture-Card das Spiel, ja, aufnehmen auf eurem PC mit der diversen Software, Software, weil am besten ist es halt OBS oder X-Bild. Das wäre am besten, weil die können ja das Ganze auch abgreifen. Und damit könnt ihr dann eigentlich theoretisch alles aufnehmen und könnt dann, ja, einfach aufnehmen und braucht keine Capture-Card. Das Ganze, wie gesagt, ist nicht zu vergleichen mit natürlich einer Capture-Card. Ist immer noch von der Qualität her deutlich besser als dieses Streaming hier. Ja, aber für Leute, die vielleicht nicht so das große Geld haben, vielleicht sagen, hey, okay, ich investiere jetzt doch erstmal in ein Mikrofon, Capture-Card kann später noch kommen. Nehmen wir erstmal ein Mikrofon, ich kann ja jetzt hier zumindest schon mal das Ganze anzeigen und das Ganze dann auf dem PC streamen. Denn das Schöne daran ist wirklich, jetzt kann ich einfach hier am PC sitzen, Teamspeak anhaben und einfach mit den Leuten losquatschen oder halt die Party-App öffnen. Und die Leute hören das einfach, wie ich mit den Leuten in der Party rede. Das ist richtig cool. So, und wenn man keinen Bock mehr auf Streaming hat, soll man Streaming beenden. Dann kann man auch bewerten, ein großartiges Erlebnis, finde ich echt cool. Und kann dann hier einfach losgehen. Wie gesagt, dann hast du ja noch die Freunde-Vorschläge. Wir können uns mal hier den Purple Bulls angucken. Der war zuletzt vor vier Stunden mal da. Der jute Purple Bulls, der Pupen Bulls. Und dann kann man hier auch ganz normal Einladung machen. Ich glaube, Spiel funktioniert momentan noch nicht. Aber Party geht so weit. Du kannst dir das in Party-Einander rausschicken. Und dann beginnt er hier oben auch, die Party-App zu öffnen. Nachrichten kannst du schicken, mehr. Du kannst den Freunden in den Chat ändern. Du kannst sehen, was er gespielt hat. Du kannst auch sehen Erfolge, allen drum und dran. Du kannst echt alles sehen. Das ist richtig geil. Und wenn du sagst, hey, so hier sind meine Spiele. Okay. Ja, das passt jetzt nicht so ganz. Das sind meine Xbox. Das sind eigentlich nicht meine Xbox-Spiele. Das sind eigentlich die, die ich jetzt auf dem PC habe. Ja, gut. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Aber man kann ja hier... Im Endeffekt, das ist über die Xbox-State. Man kann jetzt hier... Game DVR ist übrigens auch drin. Die geht jetzt auch für Windows 10. Geht auch die Game DVR jetzt mittlerweile. Also wie gesagt, so läuft das im Endeffekt nachher laufen. Ähm, man kann hier natürlich noch ein bisschen mehr einstellen. In der Sache Video-Qualität, Twitch-Übertragung gestartet. Kannst du dir alles ausgehen. Dann hast du das Spiel-Streaming. Kannst du direkt einstellen. Kodierung hoch oder hier direkt, äh... Wo habe ich das denn gesehen hier? Gern-Di-Wir. Kannst du das eingeben. Tasten-Kombination. Während des Spiels im Hintergrund aufzeichnen. Maximum aufzeichnen. Und dann kannst du bis zu zwei Stunden machen. Ist echt, echt verdammt lang. Video-Qualität kannst du hochsetzen. Auch gemacht. Also für Leute, die echt keine Capture-Karte haben oder auch irgendwie wirklich kein Geld dafür haben. Das ist echt euer Ding. Macht das. Und jetzt... Und, äh... Das funktioniert super gut. Jetzt mache ich mal hier X-Bit mit rein. Jetzt seht ihr einmal X-Bit hier selber nochmal drin. Und dann könntet ihr jetzt theoretisch einfach, wenn ihr Bock habt, hier auf... Ihr seht ja schon. Ich hab's ja jetzt im Bild drin, das ganze Ding. Und dann könnt ihr einfach hier auf Broadcast klicken und habt einfach alles drin. Und das Gute, wie gesagt, ist, Windows 10 ist für alle umsonst. Das heißt, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Also natürlich müsst ihr natürlich vorausgesetzt ein originales Windows 7, Windows 8 oder Windows 8.1 haben. Er sagt, legal heißt übrigens, aktiviert der Key bei Microsoft. So, und dann könnt ihr hier halt auswählen, ob ihr dann Twitch streamt oder Hitbox oder halt, wie ich jetzt gerade eine lokale Aufnahme mache mit, äh... Mit X-Bit. Das geht auch ganz gut. Und, wie ihr seht, es funktioniert auch unter Windows 10. X-Bit läuft zwar... Macht zwar am Anfang einen kleinen Fehler. Weil es noch nicht wirklich Xbox Windows 10 kompatibel ist. Aber das ist nicht so schlimm. OBS macht da keine Mucken. Das läuft einwandfrei. Kannst du starten. Läuft fertig aus. Ist so, OBS hat schon immer ein paar da mal ein bisschen Mucken gemacht. Aber sonst geht alles einwandfrei. Ja, und, äh... Somit bedanke ich mich eigentlich auch fürs Zuschauen. Nochmal schönes Halo-Pilzschirm-Hintergrundchen hier. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ich hab euch gezeigt, wie ihr jetzt im Endeffekt streamen könnt. Äh... Von der Xbox auf dem PC. Und natürlich, ähm... Das direkt dann re-streamen könnt. Zu Twitch oder aufnehmen wollt. Wie ihr gerne möchtet. Wichtig ist dabei natürlich... Viel haben mich gefragt. Muss ich denn jetzt eigentlich noch in den Controller ein Headset stecken? Nein. Du steckst kein Controller mit einem Headset in den Controller, sondern du sprichst über deinen PC-Headset mit ihm. Du hörst es über das PC-Headset, du sprichst mit ihm über das PC-Headset. Das ist doch simpel. Und das, was übrigens noch ganz schön ist, ist, ich kann auf dem PC auch ein Xbox 360-Pad verwende ich persönlich. Ich bevorzuge eigentlich immer noch meine 360-Pads, weil ich die Sticks finde ich schön, was sie so ein bisschen, naja, nicht so leicht nachgeben wie bei der Xbox One. Ist ein schöner Controller, Xbox One-Controller, aber der 360-Controller gefällt mir sonst von den Sticks her besser, weil erst wenn auch noch durch meine dicken Daumen, die ich habe, auch schön aufliegen auf diesen schönen weichen Flächen und deswegen, naja, ist es halt so. Aber auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Das war es für mich heute jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Oder kommentiert, falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, etc. Euer Sanchez. Euer Sanchez.